Hallo liebe Zuschauer, kennt ihr den Kanal Open Mind? Es gibt ja auch schon einige Videos zum Thema Escort, aber was diesen anderen Videos fehlt, ist, dass ich in keiner der Videos die Escort wirklich bange. Und ja, das ist jetzt genau dieses Video. Wie alle Psychedelika kann Mescaline eine Psychose auslösen, oder? Nicht wirklich, aber das haben wir uns auch ausgedacht, nur Freiheit, aber es ist was Witziges, was wir uns ausgedacht haben. Er macht gerade seinen Lizard Walk und der Typ schaut einfach so zu. Mehr als eine halbe Million Menschen kennen den. Ich kannte den nicht. Ich kannte auch Simon Juanen nicht und ich habe auch solche Webshops wie seinen noch nie gesehen. Wie dem auch sei, der Herr beschäftigt sich sehr intensiv mit Drogenkonsum, mit der Intention aufzuklären. Er möchte aber niemanden dazu motivieren, Drogen zu nehmen. Der Kanal ist vor allem für Leute da, die sowieso schon Drogen nehmen, damit diese den Konsum weniger risikoreich betreiben. Dieser Kanal ist nur eine realistische Drogenaufklärung, in der ich genau sage, wie es wirklich ist. Er ist vor allem für Leute da, die sowieso schon Drogen nehmen, damit diese den Konsum weniger risikoreich betreiben. Nehmt keine Drogen, vor allem nicht, wenn ihr unter 18 seid. Für nicht ausgewachsene Hörner sind Drogen schädlicher. Ich muss jetzt aber leider jeden, der sich über ein cooles Video über Kiffen gefreut hat, enttäuschen. In diesem Video geht es nicht um Drogen. Herr Juana hatte vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, das zu seinem Kanal eigentlich überhaupt nicht passt. Das wäre noch gar nichts Aufregendes, aber der Titel ließ nichts Gutes vermuten. Die Zerstörung der Maskenpropaganda während Corona-Pandemie. Abrechnung Nummer 1. Wenn jemand für mehr als 500.000 Menschen sowas veröffentlicht, muss er mit Konsequenzen rechnen. Ja, ich meine damit ein Video von mir. Ich bin die Konsequenz. Ich bin der Kraftfalle, der Wunderbare, der Gigantische Muschel. Zeit für so ein Video. Ja, es ist fucking uncool, im Jahr 2024 noch ein Video zu Corona zu machen. Klar, Fehler wurden gemacht, aber es ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Zu der Zeit wusste man das halt nicht besser. Ich habe da eigentlich auch kein Interesse an einer Aufarbeitung, was alles falsch gelaufen ist. Gerade als Deutscher. Natürlich kann man insgesamt sagen... Wow, eine intelligenzverstärkende Brille. Das muss sowas sein wie mein Kasach oder die Kulis hier in meiner Tasche. Feel you, bro. Full Street Climbing. I feel you, bro. Blood, dick, we lions. Leute machten sich schon beim Lesen des Titels bereit, ihre Kommentare zu schreiben. Äh, bleib bei dem Thema Drogen. Simon, du hast es nicht studiert. Denkst du, du weißt es etwa besser als die Experten? Bevor ihr euch ein Urteil bildet, lauscht erstmal meinen Argumenten. Denn die Argumente in dem Video sind wirklich verdammt gut. Genau so machen wir es, wie bestellt. Ich hoffe bloß, dass deine Argumente wirklich verdammt gut sein werden. Ich fange hier mal mit dem Thema Masken an, weil ich in dem Thema einfach am tiefsten drin bin. Ich denke, ich werde euch durch dieses Video mindestens davon überzeugen können, dass der Effekt der Masken zumindest unklar ist und dass die Medien, was das Thema angeht, nicht neutral berichtet haben und Müllstudien als gute Studien präsentiert haben und andersrum. Aber Simon, was ist unklar? Es ist doch wissenschaftlich belegt, dass Masken prima sind. Seit Jahrhunderten werden in Kliniken Masken getragen, um die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten zu verhindern. Dass Masken generell vor Infektionen schützen, das ist nicht sinnvoll zu bestreiten. So wird der Experte Stefan Huster in einem Artikel zitiert. Ein Experte, der argumentiert mit, ah ja, das war ja schließlich schon immer so. Stefan Huster ist kein Experte, sondern der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Evaluation der Pandemie-Maßnahmen. Das, was er sagte, war nicht korrekt, weil er das sagte, sondern weil er recht hatte. Masken schützen generell vor Infektionen und das ist tatsächlich nicht sinnvoll zu bestreiten. Anstatt Stefan Husters Expertise einfach so lapidar in Frage zu stellen, hätte man eher diese Gegenfragen stellen sollen. Na gut, Masken schützen generell. Gibt es aber wirklich Evidenz dafür, dass sie spezifisch gegen Corona schützen? Machen Masken auch Sinn, wenn sie durch den otonomalen Bürger aufgesetzt und getragen werden? Das Bundesgesundheitsministerium hat sich dazu im Juni 2022 bereits ausführlich geäußert. Die Mitgliederliste des Sachverständigenausschusses werde ich kurz einblenden. Ihr findet außerdem einen Link zu diesem Positionspapier in der Beschreibung. Und auf der Seite 86 geht's los. SARS-CoV-2 wird primär über virushaltige Partikel, Tröpfchen und Aerosole durch die Atemluft übertragen. Aerosole sind sehr kleine Schweberpartikel, die über eine längere Zeit in der Luft schweben und so durch Luftbewegung und Diffusion vor allem in geschlossenen Räumen auch über größere Distanzen und während eines längeren Zeitraums übertragen werden können. Das Tragen von medizinischen Masken hat sich während der Pandemie zu einem zentralen Bestandteil der Prävention und Bekämpfung der SARS-CoV-2-Ausbreitung entwickelt. Dabei ist zu beachten, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Pandemie unterschiedliche Vorgaben zur Verwendung bestimmter Maskentypen bestanden. Nur zur Erinnerung, ab April 2020 gab es eine Maskenpflicht und ab 19.01.2021 musste es eine FFP2-Maske sein. Und was war das Ziel des Maskentragens? Beim Sprechen werden pro Sekunde bis zu 20.000 Tröpfchen einer Größe von 20 bis 500 Mikrometer abgegeben. Masken sollen die Menge der an die Umgebung ausgestoßenen Viren durch Zurückhaltung in der Maske reduzieren und nicht infizierte Personen vor einer Aufnahme des Virus schützen, sowie die Aufnahme von virushaltigen Aerosolen aus der Umgebungsluft reduzieren. Ob das wirklich funktioniert, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten Faktoren, die die Effektivität der Masken beeinträchtigen können, sind die Art der Maske und das korrekte Tragen der Maske. Die Tatsache, dass Masken schützen, ist klar. Die grundsätzliche Wirksamkeit von medizinischen Gesichts- und Partikel-filtrierenden Halbmasken zur Verhütung und Bekämpfung der SARS-CoV-2-Infektion kann als weitgehend gesichert gelten. Eine Schutzwirkung legen tierexperimentelle Studien, epidemiologische und deskriptive Beobachtungen nahe. Zusätzlich sind während der Pandemie mehrere Übersichtsarbeiten, die Ergebnisse zu Endpunkten wie Inzidenz, Transmission und Sterblichkeit zusammengetragen haben, entstanden. Die gesichteten Arbeiten berichten meist substanzielle Effekte auch dann noch, wenn bereits Impfstoffe eingesetzt werden. Eine große Zahl von Studien hat also bereits ausreichend bewiesen, dass das, was der gesunde Menschenverstand sagt, nämlich, wenn ich irgendwie verhindere, Viren einzuatmen, werde ich eher nicht krank, tatsächlich stimmt. Das Tragen einer Maske birgt keinerlei Risiken. Es sprach und spricht also nichts gegen die Empfehlung, dass man lieber eine Maske tragen sollte. Sie waren dennoch unangenehm. Man verstand sich manchmal schlecht, man sah die Gesichter voneinander nicht wie gewohnt, die Brille beschlug und es war im Sommer echt warm. Die Frage lag also auf der Hand. Musste das sein? Ergab eine Pflicht noch Sinn, wenn die meisten Menschen die Maske eh nicht ordentlich aufsetzten und nach ein paar Tagen praktisch nur einen dreckigen Lappen vor der Nase hielten? Das waren aber Fragen, die tatsächlich erst nach Einführung der Maskenpflicht aufkamen. Man könnte dem Gesetzgeber eine gewisse Naivität unterstellen. Ja, sie sind davon ausgegangen, dass Menschen in der Lage sein werden, ein so kompliziertes medizinisches Gerät wie eine Mund-Nasen-Schutzmaske korrekt aufzusetzen und konsequent zu tragen. In diesem Idealfall hätte man von den Masken viel erwarten können. So haben die CDC USA infizierte und nicht infizierte Personen gefragt, ob sie Masken tragen. Es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden, um 56% vermindert wurde, wenn Menschen Angaben eine Alltagsmaske getragen haben. Bei einer medizinischen Maske betrug der Rückgang 66%, bei einer FFB2-Maske 83%. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, nicht wahr? Das seien die Experten auch so. Diese Studienergebnisse müssen jedoch aufgrund der unvermeidbaren Einschränkungen einer Beobachtungsstudie auf selbstberichteter Maskenverwendung basierend mit Vorsicht interpretiert werden. Wie bereits angemerkt, liegen bislang keine klassisch randomisierten, kontrollierten klinischen Studien zum Direktvergleich chirurgischer oder FFB2-Masken und dem Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Die dargestellten Befragungsstudien sowie Labor- und epidemiologische Studien deuten jedoch auf einen zusätzlichen Nutzen von FFB2-Masken hin, sofern sie ordnungsgemäß getragen und mit anderen Maßnahmen kombiniert werden. Genau. In Studien wurden die Masken natürlich ordnungsgemäß getragen. Eine weitere Einschränkung ist, dass die meisten publizierten Studien von einem korrekten Tragen der FFB2-Maske durch die befragten Personen ausgehen. In der Praxis liegt die FFB2-Maske jedoch bei vielen Menschen häufig nicht eng genug an, sodass die Luft beim Ausatmen wie bei einem Ausströmventil mit hohem Druck in die Umgebung gelangt. Eine schlecht sitzende Maske hat auch keinen, gegebenenfalls sogar einen negativen Effekt. Wir haben es ja alle gesehen. Die Maske hing meistens so oder so oder so. Die Funktion, den Bügel oben anzudrücken, um die Maske an die Nasenform anzupassen, war leider nur für Ultramasken-Nerds vorgesehen. Und ich bin so wenig eine Masken-Nerd, dass ich zu Hause nicht mal eine FFB2-Maske gefunden habe. Es kamen aber noch weitere Probleme dazu, vor allem was Kinder betraf. Alle genannten Studien, sowohl jene, die eine Effektivität der Maskenpflicht in der Schule belegen, als auch jene, die den Nutzen dieser infrage stellen, sind rein deskriptiv und erreichen nicht den Evidenzgrad, der nötig wäre, um eine abschließende Aussage zu diesem Sachverhalt treffen zu können. Das dürfte am besonderen Setting Schule und kleine Kinder liegen. Ihnen ist nur schwer vermittelbar, sich an die Maskenpflicht zu halten. Es existieren keine normierten und auf Kindesgröße adaptierten Masken. Der richtige Sitz von Masken ist bei Kindern also schwerer zu sichern als bei Erwachsenen. Auch sind im Rahmen von Pausen draußen ohne Maskenpflicht bei Kindern üblicherweise auch die Kontakte während des Spielens sehr viel enger als bei Erwachsenen. Es ist also nicht abschließend zu beurteilen, ob eine strenge Maskenpflicht bei Kindern überhaupt den gleichen Effekt haben kann wie bei Erwachsenen, Trägerinnen und Trägern in anderen Settings. Das alles stand so klar in diesem Positionspapier im Juni 2022. Sie gingen hier auch auf die unerwünschten Wirkungen ein, die manche befürchtet haben. Diese wurden natürlich nicht belegt. Zusammenfassend kam diese Aussage. Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar. Wie gesagt, das kam im Juni 2022 raus und eine generelle FFP2-Maskenpflicht wurde bereits zwei Monate zuvor beendet. Wenn man die Argumente durchschaut, merkt man dennoch nur eins. Das Problem waren nicht die Masken, sondern die Menschen. Hätte jeder Mensch ordnungsgemäß eine Maske getragen, wären wir wahrscheinlich an die erstgenannten sehr guten Zahlen herangekommen. Die meisten Querdenker würden diese Zeilen der Expertenkommission natürlich lesen und sagen, aber dort steht, dass Masken unwirksam und die Maskenpflicht sinnlos waren. Ja, das stimmt. Aber das lag nicht an den Masken, sondern an den Menschen, die leider nicht mal diese sehr einfache Aufgabe meistern konnten. Soviel im Voraus. Lasst uns also weitergucken, was Herr Juane noch zu dieser bereits durchgekauten Diskussion mit zwei Jahren Verspätung beitragen wollte. Auf den ersten Blick scheint es logisch, dass Masken da etwas bringen. Aber es scheint auch auf den ersten Blick logisch, dass die Drogenverbote für weniger Drogentote sorgen, was eindeutig nicht der Fall ist. Manche Sachen sind eben counterintuitiv. Solche Argumente habe ich auch schon sehr häufig von Bekannten gehört. Ja, ey, in einem Operationssaal, da tragen die auch schon immer Maske. Ist da die Studienlage etwa auch unklar? Ja, da ist sie tatsächlich auch unklar. Das hat mich auch verwundert, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil man sich ja denkt, dass wenn das alle machen, muss es da ja eine eindeutige Datenlage geben. Die erste Studie zu Masken im Operationssaal gab es im Jahr 1981 in England. Da gab es in dem Zeitraum... Ich befürchte, Herr Juane vereinfacht das Problem ein wenig und auch wenn seine Aussagen auf den ersten Blick gar nicht abwegig klingen, schon die Fragestellung ist falsch. Er stellt in Frage, ob es Evidenz für die Masken im OP-Saal gäbe. Dazu zitiert er als erstes diese Studie. Das ist natürlich keine besonders hochwertige Studie, aber sehr interessant. Es handelt sich um einen spannenden Versuch auf einer einzigen kleinen chirurgischen Station mit 40 Betten. Sie haben für sechs Monaten die Maske weggelassen und haben geguckt, wie viele Wundinfektionen in der Zeit auftraten. Es gab acht Fälle, weniger als sonst. Eine mögliche Erklärung, die aber in dieser Studie nicht ganz klar erzählt wird, wäre, dass Masken, die das Gesicht rubeln, Keime von der Haut freisetzen könnten. Sie haben während den sechs Monaten beim Personal einmal im Monat oder wenn sie erkältet waren, einen Rachenabstrich gemacht und sie nicht an der OP teilnehmen lassen, wenn der positiv war, nehme ich mal an. Und sie haben das Experiment zwischen März und August durchgeführt. Es wäre aber ein bisschen spannender gewesen, im Herbst und Winter zu gucken. Sie kamen außerdem zum Schluss auf die Idee, dass es am besten wäre, wenn im OP keine Maske getragen werden würde, sondern lieber still operiert werden würde. Es wurde leider nicht spezifiziert, was für eine Maske sonst getragen wurde. Man kann aber vermuten, dass es die ganz einfachen chirurgischen Masken waren. Super spannend, aber der wichtigste Punkt wird leider schnell übersehen. Es ging in dieser Studie lediglich um Wundinfektionen. Könnte es aber noch andere Gründe geben, die das Maskentragen rechtfertigen könnten? Und das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie gerne sich Kliniken die Ausgaben für Masken sparen würden. Genau deswegen kommt das Thema immer wieder hoch, nicht nur seit Corona, schon viele Jahre in Zufahr. Eines der wichtigsten Argumente für Masken, und das mag mancher vielleicht tatsächlich überraschen, ist nicht der Schutz des Patienten, sondern der Schutz des Personals. Diese Studie hat eine hohe Häufigkeit, 45% von Blut- und Körperflüssigkeitsspritzern auf Schutzbrillen und Masken gezeigt. Besonders hoch war die Häufigkeit, fast 80% bei vaskulären chirurgischen Eingriffen. Auch eine einfache Maske schützt physikalisch sehr gut gegen solchen Spritzer. Aber die Frage ist, ob dadurch auch eine Infektion sicher verhindert werden kann. Eine durchnässte Maske schützt ja nicht. Außerdem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für solche Infektionen? Wäre die hoch, müsste man eigentlich noch bessere Masken machen. Aber wenn das Risiko gar nicht vorhanden wäre, bliebe nur die Frage, ob irgendein Chirurg komfortabel mit ein paar Blutspritzern auf seinem Gesicht wäre. Die Evidenz für Masken im OP-Saal ist also wirklich nicht eindeutig. Ich habe dazu einen sehr guten Artikel gefunden, der die Problematik präzise zusammenfasst. Sie listen die wichtigsten Po- und Contra-Argumente auf und in der Zusammenfassung schreiben sie etwas richtig Schönes, das ich euch zitieren möchte. Es ist wichtig, eine Abwesenheit von Nachweisen für die Wirksamkeit nicht als Nachweis für die Abwesenheit von Wirksamkeit anzusehen. Obwohl es einen Mangel an Evidenz gibt, die die Wirksamkeit von Gesichtsmasken unterstützt, gibt es ebenso einen Mangel an Evidenz, die ihre Unwirksamkeit unterstützt. Basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen wäre es unklug, die Entfernung von Gesichtsmasken aus der Chirurgie zu empfehlen. Stattdessen ist es im medizinischen Bereich, wo gängige Praktiken leicht dogmatisch werden können, notwendig, die konstante Notwendigkeit anzuerkennen, gesunde Skepsis gegenüber etablierten Überzeugungen zu wahren und diese regelmäßig neu zu bewerten und wissenschaftlich kritisch zu prüfen. Habe ich also gerade bestätigt, dass Herr Ruane eigentlich recht hat? Nein. Er vermischt ganz unterschiedliche Sachen miteinander und baut gerade eine völlig falsche Argumentationskette auf. Ob Masken im OP-Saal den Chirurgen oder den Patienten wirklich schützen oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob Masken die Verbreitung einer Infektionskrankheit verhindern können oder nicht. Man kann nicht einfach behaupten, dass es für die Sinnhaftigkeit von Masken keine oder widersprüchliche Evidenz gäbe. Bevor man sowas sagt, müsste man ganz genau spezifizieren, welche Masken und welche Zielsetzungen gemeint sind. Wenn er bei der Pandemie bleiben möchte, dann ist er mit den Studien im OP-Saal völlig falsch. Da gab es in dem Zeitraum, wo man keine Maske getragen hat, nicht mehr Infektionen als in dem Zeitraum, wo eine Maske getragen wurde. Seht ihr, das meine ich. Die Studie berichtete nicht über Infektionen allgemein, sondern über Wundinfektionen. Und das macht einen sehr großen Unterschied. Es gab dann noch später drei randomisierte Studien, die auch alle keinen signifikanten Unterschied zwischen maskierten und unmaskierten Operationen feststellen konnten. Ja, aber diese Studien beschränken sich weiterhin auf Wundinfektionen im OP-Saal. Und bei OP sind übrigens die Patienten meistens ziemlich stark mit sterilen Tüchern abgedeckt. Sie werden mit steriler Luft beatmet. Der Raum hat ein eigenes Belüftungs- und Filtersystem. Und, und, und. Die Ergebnisse aus dem OP-Saal sind nicht einfach in den Alltag übertragbar, indem wir uns nicht in so einem Raum befinden und nicht intubiert und beatmet sind. Darum ging es in der Pandemie nämlich, um die Atemwege und nicht um Schnittwunden. ...sagen zu können. Der Hauptgrund, warum bei OPs Masken getragen werden, ist nicht, weil es da eine krasse Studienlage dazu gibt, sondern eher, weil es vielen plausibel erscheint, dass es was bringen könnte. Es könnte sich aber herausstellen, dass es nichts bringt. Also, wie klar kann jetzt die Datenlage beim Thema Corona-Masken sein, wenn sie selbst noch bei OPs unklar ist? Ja, genau das habe ich erwartet. Völlig falsch. Die von mir zuvor zitierte Studie beschrieb auch sehr genau, warum wir zu Masken im OP-Saal nicht so einfach eine große und entscheidende Studie machen können. Es ist klar, dass weitere Studien erforderlich sind, bevor absolute Schlussfolgerungen zu Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Operationsmasken gezogen werden können. Die veröffentlichte Literatur legt nahe, dass es vernünftig sein könnte, den Bedarf an Masken in der heutigen chirurgischen Praxis näher zu untersuchen oder Berücksichtigung von Komfort, Budgetbeschränkungen und möglicherweise verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten. Solche Studien müssten jedoch groß und gut kontrolliert sein, um Kausalität nachzuweisen, da die Inzidenz von Infektionen im Operationsgebiet gering ist. Es ist möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass bei einer heutigen Einführung von Operationsmasken ohne den historischen Druck, der derzeit mit ihrer Verwendung verbunden ist, die experimentelle Evidenz nicht ausreicht, um Masken in die chirurgische Praxis zu integrieren. Jedoch stellt sich die Frage, ob wir es wagen sollten, in der aktuellen chirurgischen Praxis, die auf Schicht um Schicht von Vorsichtsmaßnahmen basiert, Masken wegzulassen, um zu sehen, ob dies tatsächlich Auswirkungen auf Morbidität und Mortalität hat. Ein randomisierter, kontrollierter Versuch zu Unsicherheit bei der prophylaktischen Antibiotika-Gabe in sauberer Corona-Arterien-Chirurgie endete katastrophal. Die Studie musste aus ethischen Gründen vorzeitig abgebrochen werden, aufgrund eines inakzeptablen Anstiegs postoperativer Infektionen in der Placebo-Gruppe. Vielleicht ist eine jährliche Ausgabe von einigen Millionen Pfund in einem Gesundheitsbudget von fast 100 Milliarden Pfund, ein geringer Preis für einen Eingriff unbekannter, aber potenziell dramatischer Wirksamkeit. Eine Studie dazu, ob die Maske gegen eine neue Infektionskrankheit schützt, ist nicht nur wesentlich einfacher durchzuführen, sondern eigentlich Pflicht. Dem kamen Wissenschaftler der Welt schnell nach und wir haben eine sehr solide Evidenzlage, die die Schutzfunktion der Masken gegen SARS-CoV-2 klar unterstützt. Wir schwimmen sogar inzwischen in hochwertigen Studien, die klar belegt haben, dass die Masken sehr gut schützen. Genauer gesagt, sie hätten sehr gut geschützt, wären Menschen in der Lage gewesen, sie ordentlich zu tragen. Herr Ruana lässt uns praktisch wissen, dass der Fiat Multipla wohl nicht das ideale Fahrzeug für den Wochenendeinkauf wäre, da er noch nie ein Formel 1 Rennen gewonnen hat. Ich würde mich definitiv nur im äußersten Notfall hineinsetzen, ohne Zweifel, aber wenn es wirklich drauf ankommt, könnte man mit dem Ding doch zu Lidl fahren, oder? Man bräuchte wahrscheinlich eine kalte Dusche und ein Gläschen Schnaps danach, aber es ginge. Oh nein! Aber nochmal seine Frage ganz klar zu beantworten. Wie klar kann jetzt die Datenlage bei Corona-Masken sein? Sehr klar. Kristallklar sogar. Der Hauptgrund, warum du wahrscheinlich denkst, dass Masken der Shit sind, ist vermutlich nicht, weil du alle Studien zu Masken, die teils hunderte Seiten lang sind, gelesen hast, sondern weil du ein Artikel oder ein Video über Masken oder Studien zu Masken gelesen hast, die sagen, dass Masken der Shit sind. Also ich habe noch nie eine Studie gesehen, die gesagt hätte, dass Masken der Shit wären. You give it to all for this shit. Im nächsten Videosegment zitiert er diverse Presseartikel und schlecht gemachte Studien. Er erzählt davon, dass die Studienqualität zu Masken ganz schlimm wäre. Die Studie hat wirklich verdammt viele Probleme, die ihr hier in diesem Artikel nachlesen könnt, aber hier das Schlimmste. Bei den Leuten, die... Er zitiert aber die zig sehr gut gemachten Studien leider nicht. Die höchstrangigen medizinischen Zeitschriften haben ja gute Publikationen veröffentlicht. Er bleibt aber lieber bei irgendeinem Impfgegner, der die gewünschte Narrative selbstverständlich besser bedient. Und das ist Cherrypicking vom Feinsten. Er outet sich außerdem als völlig ahnungslos, indem er sich darüber aufregt, dass in einer Studie der Wunsch nach mehr randomisierten Studien geäußert wird. ...wurde. Die eine Studie fordert sogar in der Konklusion, dass es mehr randomisierte Studien braucht, um besser den Nutzen von Masken einschätzen zu können. Hey, der Effekt von Masken ist eindeutig geklärt. Das beweise ich durch diese Studie, die selbst sagt, dass er absolut nicht geklärt ist. Nein, Simon, die Studie, die du selbst zitiert hast, fand eine signifikante Risikoreduktion. Das hast du leider überlesen. Im Gegensatz zu dir werfen aber seriöse Wissenschaftler nicht so einfach mit klar, wir müssen das jetzt zu 100% rum, sondern sie ermutigen zu weiteren Forschung. Das ist ein Standardsatz, den man sehr häufig in Studien liest und das vermindert die Wertigkeit der Studie nicht. ...ist natürlich ein einziges Cherrypicking, warum befragt das ZDF hier Stefan Huster? Der hat so wenig Ahnung von dem Thema, dass ein Typ, der durch Drogenkonsum im Internet bekannt geworden ist, seine Aussagen mit Leichtigkeit zerlegen kann. Wie war der Videotitel nochmal? Die Zerstörung der Maskenpropaganda? Hätte ruhig die Selbstzerstörung von Simon Ruane heißen sollen. So viel Überheblichkeit mit so wenig Ahnung ist sogar von einem Drogen-Youtuber peinlich. ...Leichtigkeit zerlegen kann. Der Typ ist als Jurist im Corona-Expertenrat. Und das sagt der Großstadt-Junkie, der für seine Erzählungen über Drogentrips und Videos über Premium-Escorts bekannt geworden ist und in einem YouTube-Video medizinische Studien erklären will. Gibt es hier irgendwie eine versteckte Kamera? Oder was soll denn das? Das kann doch nicht... ...Wort gegeben hätten? Wenige Tage nach dem Artikel wurden nämlich der Corona-Evaluationsbericht veröffentlicht. Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar. Und das ist wie gesagt nicht aus irgendeiner Schwurbel-Telegram-Gruppe. Das ist aus dem Corona-Evaluationsbericht, der von der Regierung... ...Evaluationsbericht... Ich... Ich geb's auf. Ich kann diesen Typen einfach nicht mehr anhören. Ich denke, dass wir die wichtigsten Punkte sowieso bereits besprochen haben. Mehr muss hier meiner Meinung nach nicht getan werden. Der gute Simon scheint eigentlich in der Lage zu sein, Fehler zu erkennen. Zumindest seine Titelbilder lassen das vermuten. Und nein, dieses Video werde ich mir definitiv nicht angucken. Dieses Masken-Video ist zwar inzwischen von seinem Kanal verschwunden, aber eine Entschuldigung oder Richtigstellung dazu sehe ich nirgendwo. Seltsam. Vielleicht kommt es noch? Es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass er bisher keine weiteren Folgen zu dem Thema veröffentlichte, da er offenbar überhaupt keinen Plan oder Ahnung von der Sache hat. Daran dürfte nach meinem Videonhemen mehr zweifeln. Was sagt ihr dazu? Bitte kommentiert oder schreibt mir eine E-Mail und wir sehen uns bald wieder. Untertitelung des ZDF, 2020